Die Universität stellt mir einen Parkplatz zur Verfügung. Dabei fahre ich gar kein Auto, das weißt du, und hast deinen Dienstwagen auf meinen Parkplatz gestellt. Warum? Erinnerst du dich an den Fall Wellmeyer? Dein erster großer Ermittlungserfolg. Grundstein deiner Polizeikarriere. Und eventuellen Fehler. Es ist wieder passiert. Der gleiche Ritualmord mit Krampusmasken. Es bestanden immer Zweifel, ob der wahre Täter überführt wurde. Ich hatte keine Zweifel. Du hast nie Zweifel. Das haben wir gemeinsam. Und es trennt uns zugleich. Ich muss dich bitten, mir zu helfen. Begleite mich zu Georg Svoboda und gib mir eine Einschätzung, ob du ihn für schuldig hältst. Nein. Meine Karriere steht auf dem Spiel. Ich helfe der Polizei nicht mehr. Du sollst mir helfen. Weißt du, ich, ich lieb meinen Job und ich würde ihn gerne behalten. Hilf mir. Bitte. ository. D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020